Also meine liebste Wetterstimmung ist eindeutig die hier, die ist eigentlich am schönsten. Da hast du halt super weite Sicht bei dem Ding. Ja. Und Uzi Stock wäre nice. Und was anderes außer Schrotflinten als Mainwaffe und Schrotflinten und Uzzis, um korrekt zu sein. Aber halt ein AR-Schalldämpfer. Ja. Läuft. Aber das ist mir nur mit Dutch, das bis jetzt passiert. Ich habe noch einen AR-Suppressor. Oh, interessant. Guten Tag, Sie haben Ihre Rechnung nicht bezahlt. Oh, ich sehe ein Motorrad fahren. Hm? Südosten. Weit weg oder was? Nee, nicht so weit. Ich denke mal hier hinter dem Hügel, so bei Gelb. Oh, wo kommt der Schuss her? Da, wo die Karte schießt. Ja, genau da. Die zweite oder der erste? Der zweite war Straight Süden? Aber ruhig, aber ruhig. So, aber ruhig. Er hat gerade was angehalten. Entschuldigung. Ach, hier hinter der Hügel. Nichts. Bei Gelbmarkers einer. 100%. Ach, bei den anderen Häusern. Ich bin hinter dem Wasser. Wo? Ich würde hier oben drin bleiben, wollte ich gerade sagen. Kannst du ja machen. Also, jetzt... Erst mal kurz. Regieber Blick. Klar. Absolut. Ah, da kommt auch der Karsch aus. Hast du noch einen Extended oder so für AR? Habe ich gerade selber für mich gefunden. Hat vorher keins. Die bannern da wie die Irren rum. Ist der Airdrop da hinten oder was? Genau, ganz schön. Achtung. Moment. Ich mach mal kurz Fenster kaputt. Oh lau, die Sau. Seh ein. Guckst du in die gleiche Richtung? Ich guck mal lieber nach. Nach dem Osten. Ja. Ich muss mich hier kurz übern. Nee, ich guck's geordnen. Ich hab Bock. Dann komm ich mit. Nee, bleib mal da. Willst du jetzt wirklich allein gehen? Ja. Du hast nur wieder die ganzen Kills für dich. Ja. Du wirst dein Kill Rating, was nicht gezählt wird, verbessern. Richtig. Ah, am Drop. Ich sag ja, da ist ein Drop. Dein Charlie? Ja, ja. Ja, okay. Hier kann ich gerade wieder nicht zuordnen, wie der genau ist. Alter, ich seh gar nichts, man. Siehst du ja so ein bisschen pixelpreisig bewegen, sagst du. Aber richtig, ey. Würdest nicht down gehen. Ich hab mir noch keinen Platz, wo ich bin, Mann. Vielleicht doch. Jetzt hat er. Jetzt hat er die Karabine mich entdeckt. Jetzt verkrümmel ich mich. Die sitzen da weiter unten, oder? Nicht oben auf dem Hügel? Nee, oben auf dem Hügel. Doch, doch. Weil das seh ich halt gerade von hier aus nicht, weil der fucking Baum dazwischen ist. Du solst dich zu pushen, ey. Ja, wir können es ja versuchen. Du musst halt nur ansagen, dann komm ich mit. Ja, ich hab keinen Scope. Nö, wir hätten uns ransneaken müssen irgendwie, während der andere mal hier gucken. Die ballern aber auch rum wie die Irren auf irgendjemand andern noch. Naja, am Wasser. Da, gelb markiert, ist ein Airdrop. Und da sind Leute am Wasser und am Airdrop. Und da ballern die hin. Kontakt, 150 von mir ist hinter der Kuppe gerade. Gerade verschwunden. Da ungefähr. Eher da. Hinter der Kuppe läuft da rum. Einer. Da oben seh ich, am Baum, ja. Kein Schuss getroffen, ich flippe aus. Am Baum ist einer. Da, wo ich markiert habe, oder was? Ja. Nö, seh ich nicht mehr rübergucken bei mir, ist auch richtig. Oh, aber ich hab beschossen. Also zumindest schießt was auf mich. Wenn wir Pech haben, haben wir jetzt einen Drop direkt auf uns. Und wir sehen es nicht mehr. Nee, haben wir nicht, haben wir nicht. Okay. Also ich glaub aus den roten Häuser und auf 105. Du bist von, ja, ja. Schießt der K auf mich. Hundertprozentig. Na, da bist du. Oh Leute, sieh's da rum. Ich weiß ja nicht, wie oft du in der Sitzerminzymen guckst, aber ich hab richtig, richtiges Händchen entwickelt für, ähm, in die Zone fahren und dann mitten in der Zone sitzen. Freut mich. Äh, hab ich, ich hab einfach mal reingeschaut, aber ich hab nicht so drauf geachtet, wie Zone-Glück du hattest. Der, dachte gerade, ich schieße auf den Gegner. Nee, war ein Blatt von dem Baum dahinter. Fuck it. Eigentlich müsste man Süden gucken. Ich geh gucken. Ich hab grad fragen, ob wir schon einen Kill haben. Nee, haben wir noch nicht. Nö. Wir sind nur durchgegengefahren und haben uns jetzt hier hingesetzt. Aber die meisten Kills machst du eh immer, wenn du in den Top 20 bist. Finde ich. Das kommt aus dem Playstyle an, ne? Ja, aber da geht's halt immer richtig zur Sache. Da hast du auch mehr Chancen, Kills zu machen. Da ist alles nah beieinander und alles. Das mein ich. Äh, da sind auch Gegner bei Gelb. Mhm. Die Geweger, die kommen jetzt gleich von Süden alle reingepusht. Mhm. Ich glaub, ich komm mal raus aus dem Haus. Unten. Der Sumpf wird geballert. Leute, hier ist noch ein Suppressor, äh ja. Hast du nicht aufgemacht hier, das Ding? Kann sein. Vergiss manchmal Türen, mein Lieber. Ja, diese eine Tür da um die Ecke vergess ich manchmal. Hast du geschossen, ja? Ja. Wo siehst du den Gegner? Oh, Gegner bei mir. Boden. Süden? Auf dem Hügel, ja, Süden. 150. Ausgemacht. Au. Ich krieg Contohit. Ah, ist dauernd, ist dauernd. Hier können wir halt nur... Noch einer auf 195, äh, an der Straße. In der Zone. Hörbt in der Zone. Hab ich überhaupt nicht gesehen. Kannst auch nicht sehen von deinem Winkler aus. 95, hätt ich auch sehen müssen. Zumindest hast du mir 95 gesagt. In die Zone mag ich auch noch nicht sehen. Er stirbt, er stirbt in der Zone. Ne. Äh, 165. Ausgeknockt. Aber da ist noch ein Mate irgendwo. Der ist aber direkt schon gestorben. Der könnte outside place und gestorben sein. Das war der Mate von ihm. Oh, ich sehe hier noch eine 105 am Feld. Moment, ich muss erstmal kurz... ...pandagieren und alles. Wo ist er hingelaufen? Nach links, nach links, nach E-Osten. Sollten wir uns irgendwie ein bisschen... ...entweder bewegen oder... Wieso? ...in alle Richtungen schauen. Ja. Also Osten ist auf jeden Fall einer. Geh wieder hoch und oben ein bisschen durchzugucken. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht wieder besnipet werde. Bob, wär geil. Ja, wir können die Dudes halt nicht looten da drüben. Ist so ein bisschen das Problem dabei. Ich sehe den Typen auf dem Feld. Gelb ist Kontakt. Da kann ich nicht hingucken. Das ist für mich hinterm Berg. Okay, pass schon, pass schon. Mach du einfach Osten bitte, okay? Der hat sich halt in so'n... Der hat sich irgendwo hingechillt. Ah. Ich bin unfähig zu treffen gerade. Ich hab hier noch einen, der direkt von Osten kommt. Den Bergspieler hab ich ausgenockt. Ja, das war kein Spieler. Fuck, das ist wieder so'n blödes Blatt. Nein, Mann, lieber. Wie viel Fafersix hast du nur noch? Äh, 60. Ca'caa. 28. Muss nochmal herkommen, kann ich nochmal 20 geben. Mhm. Boah, dann müssen wir halt Ozi spielen. Oder um P, was ich gesagt habe. Der eine ist hier überlebt, hat hier gerade den. Hab' ihn gekillt. Gut. War sogar ein Headshot. Die Entfernung. Lol. Ich komm' jetzt mal zu dir raus. Das wir jetzt gemeinsam ein bisschen move'n. Ja, das ist alles, was ich noch auf Reserve hab. Ähm, wo move'n man hin? Osten müsste relativ viel hier sein. Du konntest nach rechts move'n, nach Osten, ja. Da kannst du nicht move'n. Aber wir haben halt hier das offenes Feld alles. Äh, 30 seh' ich hier am Horizont laufen. Und der Ridge. Binios offenes Feld. Hier hat er gesprintet. Da ist ein Traktor mitten im Feld. Würde ich eigentlich gerne hinwollen. Nein, ich bin vielleicht nicht auf die. Push' Richtung Traktor. Das sieht so 15 von mir aus. Zwei Leute, wie gesagt, aus der andere Seite der Zone. Die Zone mag uns tatsächlich. Und wir beide uns in das gleiche stellen. Ne, ist total scheiße. Ich geh' wieder zum Traktor dann. Ich dachte, du bleibst am Traktor, deswegen bin ich weitergelaufen. Es sind nicht viel zu viele, dafür, dass wir nichts sehen oder hören. Links von mir ist einer. Da, wo ich hingucke, an dem kleinen Baum. Ich lauf' jetzt zum Stein. Wie viele sind noch da? Drei noch. Zwei andere. Ja. Jetzt noch ein anderer. Na, die müssen außen sein. Ach, einer noch. Jetzt noch ein anderer. Der war instant tot, der gerade eben. Ach, der hat ja den, den wiederbelebt, den anderen. Okay. Also, da links kann ich ne... Rechts von dir, rechts von dir am Traktor. Nice. Danke. Wie der da hingekommen ist. Der muss sich da hingesneakt haben ohne Ende. Nee, der kriecht ja. Der kriecht ja, der kriecht ja am Baum. An dem Baum links. Ah, noch ein Schickendinner. GG, Digger. Diesmal sogar drei Kills. Sieben. Ja, perfekt. Ich weiß schon, warum ich dir den Schalldämpfer gebe und die Muni. Ja. Hahaha. 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 Jкра.